Manche Städte haben begonnen, dem Auto Platz wegzunehmen, ersetzen etwa Parkplätze durch Grünanlagen. Damit sich Fahrräder nicht auch noch die Straße mit Autos teilen müssen, benötigen Städte unbedingt mehr sichere Fahrradwege. Ein erster Schritt, Fahrbahnen für Autos zugunsten von Fahrradwegen verkleinern. Dieser Radweg ist zwar farbig markiert und gut zu erkennen, aber zwischen den Fahrspuren für Autos eingezwängt. Wenn auch noch der Autoverkehr den Fahrradweg kreuzt oder sogar blockiert, wird es für Radfahrerinnen und Radfahrer gefährlich. Sicherer ist es, Fahrradwege durch Barrieren von den Fahrspuren für Autos zu trennen.